Hallo YouTube, grüßt euch. Einen wunderschönen 13. Dezember wünsche ich euch. Unabhängig von diesem Datum wollte ich mir ein Video angucken. Das nennt sich, was denkt ihr euch eigentlich dabei, liebe Polizistinnen und Polizisten? Ne? Auch allen einen wunderschönen All Cats Are Beautiful Tag da draußen. Um 13.12 Uhr schauen wir uns jetzt genau dieses Video an. Gucken wir mal, unser Lieblingsanwalt mal wieder. Liebe Polizisten, was denkt ihr euch eigentlich? Das meine ich jetzt nicht nur rhetorisch im Sinne von, was fällt euch eigentlich ein, sondern was denkt ihr euch in bestimmten Situationen? Was ist euer Plan und seid ihr stolz auf euch? Ich erkläre kurz ein paar Situationen und darauf hätte ich dann gerne eine Antwort. Also erstmal hier der Räubel Grubwinkler Rechtsanwälte. Wir haben da schon ein paar YouTube-Videos von dem Bruder gesehen und die waren ja überraschend sackstabil. Also gerade für den Anwalt, da muss man das dazu sagen, sind das sehr gute Videos. Der ein oder andere sollte sich da vielleicht mal den ein oder anderen Hinweis mitnehmen. Und er hat schon mal bei mir auf YouTube tatsächlich kommentiert, hat die gesagt, dass ihn die Reaction sehr freut. Da muss ich sagen, Herr Solmecke. Da fehlen Sie mir jetzt persönlich noch ein bisschen, na? Aber wenn auch Sie, Herr Solmecke, vom Harkon-Reaction-Verfahren bedroht sind, dann klicken Sie jetzt hier unten auf Abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Die Situationen sind vielfach in unserer Praxis vorgekommen und ich hätte gerne eine Antwort, was ihr euch in solchen Situationen denkt. Schreibt mir Direktnachrichten, ruft mich an, kommentiert unter das Video. Ich möchte es ehrlich wissen. Beispiel 1. Häufiger Fall. Also hatten wir schon mehr als 100 Fälle. Die Polizei steht auf einem Festival an der Toilette, irgendwelche Elektro-Techno-Festivals und da stehen dann zwei Zivilbeamte, stehen in der Nähe der Toilette und kontrollieren dann viele, die die Toilette gerade verlassen. Unter dem Vorwand, ja, wir haben eindeutige Konsumgeräusche aus der Toilette gehört. Also erstens mal, das Gesicht, der Freeze-Frame ist Gold wert, ne? Das möchte ich zuallererst das mal festhalten. Das ist so. Das ist so. Are you fucking kidding me, Polizei? Really? Really? Das ist das eine. Und warum muss ich denn auf einem Festival bitte auf eine Toilette gehen, um da zu kiffen? Das kann ich überall auf einem Festival machen. Was gibt es, also, was, 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 ich habe so viele Fragen, ne? Wir gucken das Video weiter. Und dann wird die Person am Körper vollständig durchsucht nach Betäubungsmitteln. Unsere Frage als Verteidiger dann immer, wie können Sie auf, waren Sie schon mal wirklich auf, also, Herr Vorsitzender, Richter, waren Sie schon mal auf einem Elektro-Festival? Wahrscheinlich nicht. Waren Sie schon mal auf einer Festival-Toilette, Herr Richter? Aber haben Sie eine Ahnung, wie laut es auf so einem Festival zugeht? Das ist davon mal ganz abgesehen. Und eindeutige Konsumgeräusche meint das Schniefen von Kokain, das Schniefen von Amphetamin. Wie laut, kann jetzt jeder zu Hause mal ausprobieren, wie laut kannst du schniefen? Okay, probiert mal aus, wenn ihr zufälligerweise gerade Ecstasy, Amphetamine und sonstiges zufällig vor euch in Ukraine-Form auf eurem Tisch liegen habt. Schnieft mal so laut ihr könnt bitte. Und guckt dann bitte, ob das krasser unterwegs ist als Rotterdam-Hooligan von Neofit. Die Nase hochziehen auf einem Elektro-Festival auf der Toilette, wo wahrscheinlich der Bass mit 95 Dezibel durchgeht. Das ist unser erstes Problem. Das zweite Problem. Zwei Kriminalpolizisten in Zivil verbringen ihren Abend auf einem Elektro-Festival. Nachtschicht, die wir Steuerzahler zahlen am Wochenende. Um dann 0,2, 0,5, 0,9 Gramm Amphetamine oder Kokain sicherzustellen. Ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität. Oder wie stellt ihr euch das vor? Und dann kommt unser Durchschnitt. Da kann man sich auch ein bisschen in die Tasche klopfen. Wenn man da Justus, der sich irgendwie von seinem Abi-Geld noch zwei Gramm Kiffgras gekauft hat, wenn man den hops nimmt, um später das Verfahren wieder fallen zu lassen, da hat man richtig was geleistet. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da werden ganze Mafia-Strukturen aufgehoben auf so Festivals. Ich muss in den Knast. Ich habe zu laut gekifft. Ein Knittlicher, Verwaltungsbeamter oder Betriebswirt oder Automechaniker geht aus der Toilette und dann findet die Polizei ein halbes Gramm. Vielleicht gibt es dann noch eine Durchsuchung zu Hause. Die Nachbarn und die Familie bekommt es mit. Dann gibt es eine Geldstrafe. Also in Süddeutschland, auch für ein halbes Gramm Amphetamin oder Kokain, gibt es eben meistens auch Geldstrafen. Da ist nichts geringe Menge zum Eigenbedarf. Einstellung, da wirst du verurteilt. Okay. Verurteilung heißt Eintrag im Bundeszentralregister. Heißt, wenn du Beamter bist, Lehrer, Erzieher im Gesundheitssystem, gibt es oft Probleme. Da kann sein, dass deine Karriere ruiniert ist. Beim Besitz von Kokain oder Amphetamin in ganz Deutschland, auch wenn du nicht Auto gefahren bist, ist dein Führerschein oft weg. Profi-Tipp von mir, nehmt euch einen Schalldämpfer mit. Wenn ihr auf der Festivaltoilette koksen wollt und es gibt wirklich auf dem Festival keinen besseren Ort als so ein komplett entehrtes Dixi, dann einfach durch den Schalldämpfer schnüffeln. Das heißt, wenn du peckst... Imagine, du gehst auf ein Dixi-Klo mit der Nase... Und dann steht ein Bulle davor und sagt, aha, was machen die denn da drin? Machen sie mal die Tür auf. Kerst. Familie, Probleme. Führerschein weg, Karriere weg. Geldstrafe. Eintrag in der Polizeiakte. Ihr Kriminalpolizisten, die euer Wochenende, den Abend auf der Toilette verbringt und wahllos Leute bloßstellt, ausziehen lässt oder in der Unterhose kontrolliert, ob sie nicht vielleicht 0,3 Gramm Kokain dabei haben. Seid ihr stolz auf euch? Denkst du, wenn du dann zu Hause bist, um 5 Uhr, die Schicht ist vorbei, 5 Uhr früh, du gehst ins Bett, Ah, ein gutes Tagewerk. Heute Nacht kann Deutschland friedlich schlafen. Also heute habe ich wieder Deutschland zu einem besseren Ort gemacht. Wer geht auf Festivals, wo Bullen rumlaufen, blöderweise vernehmen die sich manchmal einfach den Zutritt. Also normalerweise bin ich voll dafür, dass Bullen auf Festivals eigentlich nichts verloren haben. Aber immer mal wieder kommt dann so eine... Also das waren ja auch Zivi-Bullen noch dazu. Ja, das war ja kein offizielles Streif, aber ich habe es auch schon auf dem Forst gesehen, dass da irgendwie mal so verirrt so drei, vier rumliefen. Aber I mean, wenn ich wirklich Amphetamine nehmen wollen würde, warum gehe ich dann nicht einfach in mein Zelt? Also wenn ich nicht will, dass das irgendjemand mitkriegt. Na, dann kann ich auch einfach in mein Zelt reingehen. Warum muss ich denn da aufs Dixi gehen? Und das ist so peinlich, ey. Das ist so entwürdigend und peinlich. Oder was ist die Intention? Was ist die Intention? Oder ist die Intention, dass man sagt, ja, Betäubungsmittel sind so schlimm, Betäubungsmittel können Menschen ruinieren, dass sie ihre Familie oder ihre Arbeit verlieren. Deswegen machen es gleich einfach wir auf der Toilette. Und meistens ohne Rechtsgrundlage. Ist das die Intention, dass man sagt, Betäubungsmittel sind so katastrophal schlimm, wir müssen die abnehmen und es muss stigmatisiert und verurteilt werden. Das ist unsere Aufgabe als Polizisten. Mein jetzt absichtlicher Unterton dabei, nein, ist es nicht. Warum kann man nicht drüber reden, dass man sagt, liebe Vorgesetzte, liebe Staatsanwaltschaft, die ihr oft trefft, wäre es nicht vielleicht sinnvoll, unsere Arbeitskraft an einem anderen Ort einzusetzen? Wieso? Gegen tatsächliche Verbrechen. Dort, wo es wichtiger ist. Karsten Maschmeyer. Entschuldigung, ich habe gerade, also ich muss einmal am Tag laut Karsten Maschmeyer sagen, sonst implodiere ich. Das jetzt gerade hatten wir im Internet, das ist ja aber inhaltlich hier gar nichts. Frank Thelen. Oh, das ist schlimm heute. Oder Elon Musk. Der wäre ja auch noch, den könnten wir auch einfach mal festnehmen. Gewaltkriminalität, Sexualverbrechen, in die Richtung, die Kräfte zu bündeln und nicht unbescholtene Bürger, die verbotene Betäubungsmittel konsumieren, dann zu stigmatisieren und zu entsozialisieren. Und wie stolz ist man drauf, wenn man dann auch noch Strafprozessrecht ignoriert und überschreitet. Wenn man dann die Personen noch irgendwie ohne richterlichen Beschluss dazu überredet, dass sie einen freiwillig in die Wohnung lassen, dass man noch mitten in der Nacht irgendwie die Eltern und die Geschwister weckt und vor den Nachbarn bloßstellt, weil man jetzt auch noch die Wohnung durchsucht. Sabine, wo geht ihr denn hin? Wir wollten uns doch gleich Metal anhören. Ja, ja. Wir gehen auch gleich zum Metal, aber wir würden gerne noch mal auf das Dixi, das da seit drei Tagen ehrenlos und verseucht in der Sonne steht und würden vielleicht noch mal ein paar Nasenpep nehmen. Kommst du mit? Nee, nee, lieber nicht. Nee. Das ist immer so laut, das ist mir unangenehm. 0,3 Gramm. Muss das denn sein? Oder was ist die Intention dahinter? Ich möchte es verstehen. Spätestens jetzt werden viele schreien, ja, es gilt ja das Legalitätsprinzip. Die Polizei muss, wenn es einen Anfangsverdacht für eine Straftat gibt, einschreiten und muss ermitteln. Die Polizei muss ermitteln und die Staatsanwaltschaft muss ein Ermittlungsverfahren eröffnen. Ja, klar, aber muss ich mich denn dort postieren, wo ich solche Lappalien-Delikte und solche Bagatellstraftaten erforsche und erst solchen Anfangsverdacht schaffe? Wäre es nicht sinnvoll, irgendwie beim Festival mich eher draußen zu positionieren oder an irgendwelchen Partymeilen, wo draußen die Schlägereien stattfinden, wo draußen die Messerstechereien stattfinden? Naja, sinnvoll platziert wäre man ja zum Beispiel zu gucken, dass nicht irgendjemand auf Peps oder sowas Auto fährt. Das ist ja auch ein Punkt, der ja tatsächlich nachvollziehbar ist. Dass man sieht, okay, da fährt jemand besoffen weg mit der Karre vom Festival, dass der rausgezogen wird, damit der keinen Unfall baut und unschuldige mit reinzieht. Das ist ja nachvollziehbar, aber nicht Zivi-Bullen auf dem Festival. Herr Gott, lass die Leute feiern, Alter. Wo draußen die Sexualstraftaten stattfinden? Wo... Weißt du, was ich meine? Ich weiß, ja, ja. Kardinski hat gerade vorgeschlagen, dass wir diesen Pisspilz als Bon benutzen. Das war... Boah. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren auf dem Full Force und die haben extra so... so... Urinale aufgestellt in so einem... so vier Stück immer an so eine Säule. Den haben wir immer den Pisspilz genannt. Und den einen Tag hat es halt so heftig geregnet, da hat es in diesen Pilz reingeregnet, bis natürlich irgendwann das Ding voll gewesen ist und ausgelaufen ist. Das hat auf der... auf der einen Seite hat das einen richtigen Graben gezogen. Da hatte ich auch Bock, mir erstmal eine Laienkoks zu pfeffern. Ganz ehrlich. Aber war mir zu laut. Ich noch Straftaten verhindern kann und nicht die eigenverantwortliche Selbstgefährdung von Festivalbesuchern unter Strafe stellen. Weil im Endeffekt, wenn jemand alleine auf die Toilette geht und sein Amphetamin konsumiert, er... diese... diese Straftäter gefährdet niemanden. Draußen, da werden die Personen gefährdet. Und da werden... Ich erzähle dir jetzt besser nichts von Bullen, der uns besoffen am Karneval den Weidezaun kaputt gefahren hat. Oha. Aber das Gute ist, das wird natürlich auch intern ermittelt und geahndet. Die kommen da... Die Achse verschwindet nicht. Das wird intern aufgearbeitet. Sowas. Unbeteiligte gefährdet. Verletzt. Vergewaltigt. Abgestochen. Meine zweite Frage an euch. Warum nehmt ihr eure Verpflichtung nicht ernst, den Beschuldigten oder die Beschuldigten im Strafverfahren nicht bloßzustellen und nicht zu stigmatisieren? Gerade letzte Woche habe ich dreimal wieder von Polizisten gehört, ja, also sie können jetzt freiwillig dann erscheinen zur erkennungsdienstlichen Behandlung für Fotos, Fingerabdrücke und so weiter. Sie können es freiwillig machen. Wohlgemerkt, es ist auch freiwillig. Ja, aber wenn sie es jetzt nicht freiwillig machen, dann kommen wir eben morgen in die Arbeit. Ich hatte mal eine Situation, das war noch in Österreich, glaube ich. Oder schon in Deutschland, ich weiß es gar nicht mehr. Und zwar, ich kam aus Österreich zurück mit dem Bus, habe ein bisschen schlecht geschlafen und so, hatte damals auch lange Haare, aber einen Undercut. So, irgendwann in Passau wahrscheinlich, ne? Werd ich so geweckt. So Haare offen, war abgepennt, ging nicht so gut. Kommt, der erste Polizist kommt zu mir so, sie da, sie, hallo, sprechen Sie Deutsch? Ging schon mal gut los, dachte ich mir. Ja. Guten Tag, Herr Wachtmeister. Was ist denn das Problem diesmal? Ja, wir würden eine personenunabhängige Kontrolle durchführen. Selbstverständlich. Sie ist komplett personenunabhängig, diese Kontrolle. So, dann hieß es irgendwann, und dann haben sie mich aus dem Bus rausgeholt, aus dem vollen Fernbus, haben die mich rausgeholt und wollten mein Gepäck durchsuchen. Ich hatte so eine Tasche dabei. Haben die gefragt, ist das alles, was sie im Gepäck haben? Ja. Dürfen wir da reinschauen? Ich so, ja. Machen Sie, bitte. Ich habe wirklich keine Lust. Hier schauen Sie rein, Sie werden feststellen, da ist nichts drin. Da sind zwei Dosen Bier noch drin, sonst finden Sie da nichts. Und dann sagt er so zu mir, ach ja, ich glaube Ihnen das. Wie? Was meinen Sie denn? Ja, ich glaube Ihnen, dass Sie nichts dabei haben. Und ich stehe draußen, nachdem die Polizei mich aus diesem Bus rausgenommen hat, ne? Ich stehe, oder, ja, hätten wir Sie da drinnen jetzt kontrolliert, hätte es ja peinlich für Sie sein können. Und ich denke mir, ihr habt nicht vor, weiß ich nicht, wie viele Leute passen in so einen Bus, 80 Leute oder so, ihr habt mich rausgeführt vor 80 Leuten, habt ihr mal, jetzt guckt, wie ich sie in meine scheiß Tasche, Alter. Oh, nö, da wollten wir, die wollten meine Würde bewahren, haben sie sehr gut geschafft in diesem Augenblick. Warum? Warum? Welches Interesse hast du, lieber Polizist, liebe Polizistin, welches Interesse hast du, dass in eurer Kartei, jetzt von jemandem, der strafbare Gegenstände zum Beispiel im Internet bestellt hat, dass du von dem ein Foto in der Akte hast? Warum brauchst du dessen Foto? Und wo ist der Zwischenschritt zwischen, du machst es jetzt freiwillig zu, ja, wenn nicht, dann fahren wir eben morgen in Uniform zu dir in die Arbeit. Warum gibt es nicht den Zwischenschritt oder warum macht ihr nicht den Zwischenschritt, der eigentlich vorgeschrieben ist, ja, wenn du es jetzt nicht freiwillig machst, dann gibt es eben von uns eine offizielle Anordnung und dann kriegst du morgen einen Brief und dann musst du erscheinen. Bei mir hätten sie im Po geschaut im Bus. Hätten sie oder haben sie? Aber ich möchte die Antwort nicht wirklich haben, um ehrlich zu sein. Warum kein Brief? Warum muss der Druck ausgeübt werden, damit man sagt, ja, du machst es jetzt freiwillig oder sonst stellen wir dich morgen eben in deinem Betrieb bloß vor allen Kollegen, Chef, Kunden. Das heftig, ey. Und führen dich oft in Handschellen von der Arbeit ab. Und das allerschlimmste Thema, Haftbefehl. Ja, die Musik ist auch nicht so meins, aber kann man sich zeitweise als Meme geben. Aha. Warum wenn ihr seid die Personen, die an erster Front stehen und das Grundgesetz, die Grundrechte, Menschenrechte der Bürger verteidigen. Warum tut ihr es nicht? Warum das Angebot hätte ich angenommen. Wenn die Kopf sich holen, schafft das Prestige. Das wäre sehr, das wäre zu sehen. Oh, guck mal hier, der Losing Data, der Macher, der wurde wieder von den Cops abgeholt. Ehre. Gehen die Haftbefehle auf euer Konto. Und dann weißt du auch noch so mit Kapuze so im Gesicht und dann wirst du so rausgebracht und so abgeschirmt und so. Und die Leute draußen stehen so und machen Fotos davon. Ein Interview. Herr Data, Herr Data, sagen Sie doch mal was dazu. Sind Sie schuldig? Wo sind die Leichen? Wenn es zum Beispiel eine Durchsuchung gibt, in der Wohnung, im Haus und es werden irgendwelche verbotenen Gegenstände gefunden, es gibt ein Ermittlungsverfahren, was auch immer. Die vorläufige Festnahme, das heißt, dass der Beschuligte, die Beschuligte mit zur Polizei genommen wird, ist nicht Standard, sondern in extremen Ausnahmefällen nur möglich, wenn die Rechtsgrundlage für eine vorläufige Festnahme gegeben ist. Und das ist in aller Regel der Fall, wenn die Voraussetzungen für einen Haftbefehl vorliegen. Das ist einfach mein Lieblingsanwalt. Also Christian Solmecke ist natürlich oldschool, aber das einfach, also wenn ich, wenn ich wirklich, wenn ich wirklich Probleme hätte, würde ich den kontaktieren. Ich hatte es vor zwei Wochen wieder, jemand wird festgenommen und ich telefoniere dann mit dem Polizeibärm, der mir dann sagt, ja, jetzt wird, fahren wir erstmal aufs Revier und dann schauen wir mal weiter und dann können wir in zwei Stunden nochmal telefonieren. Ich frage dann, aber warum? Also warum wird, warum wird jetzt die Festnahme durchgeführt? Warum wird jetzt die Festnahme erklärt? Also die vorläufige Festnahme, es gibt ja kein Haftbefehl. Warum wird die, warum erklärt ihr, lieber Polizisten, jetzt die vorläufige Festnahme? Ja, weil wir noch nicht mit dem Staatsanwalt telefoniert haben und jetzt müssen wir mal klären, ob Haftbefehl beantragt wird. Ja komm, ihr habt den Witz alle gedacht. Ich habe es ja gerade vorher schon erklärt, es müssen die Voraussetzungen für einen Haftbefehl vorliegen und dann sagt der Polizist zu mir, ja, aber wir fahren jetzt aufs Revier und nehmen fest, weil wir jetzt erstmal klären müssen, ob die Voraussetzungen für einen Haftbefehl vorliegen und dann frage ich, ja, warum denn? Warum? Also, wie kommt ihr auf die Idee, dass jetzt hier die Voraussetzungen für einen Haftbefehl gegeben sein könnten? Immer gut zu fragen, tatsächlich, immer fragen, warum, wenn die Polizei irgendwas machen will, sagt ihr, warum? Und ansonsten verweigert ihr die Aussage, warum? Aussage verweigern, nicht mal Teilgeständnis ablegen, gar nicht, Klappe halten. Kurze Erklärung, Haftbefehl gibt es nur unter vier Voraussetzungen, entweder ist es Fluchtgefahr gegeben, das heißt, es ist wahrscheinlich, dass die Person abhaut, es ist tatsächlich Flucht gegeben, jemand ist gerade auf der Flucht, es gibt Wiederholungsgefahr, das heißt, dass die berechtigte Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Person erneut schwere Straftaten begehen wird oder Verdunklungsgefahr. Heißt, es gibt tatsächliche Anhaltspunkte, dass die Person Beweismittel vernichten wird, zum Beispiel, oder auf Zeugen Einfluss nehmen. Dafür muss es tatsächliche Anhaltspunkte geben. Für alle vier Varianten muss es tatsächliche Anhaltspunkte geben. Und ich frage dann den Polizisten, was gibt es denn für Anhaltspunkte? Was haben sie denn rausgefunden, dass sie jetzt davon ausgehen, dass er flüchten wird? Steven Feldmann ist vor Haftantritt geflohen. Na gut, was willst du machen? Wie bei Feldmann. Aber Feldmann ist auch Habibi. Da kannst du das einfach auch jemand, der mit Menschlichkeit argumentiert. Verdunkeln wird oder was auch immer. Ja, noch nichts. Noch. Hallo Herr Bierslayer. Und dann sage ich, ja, aber dann müssten sie ihn auch freilassen. Weil wenn es noch keine Anhaltspunkte gibt und noch keinen Haftgrund gibt, dann gibt es halt auch noch keine vorläufige Festnahme. Aber dafür brauchen wir jetzt erstmal den Staatsanwalt. Und das ist so, das ist so wahnsinnig, dass da sechs bis acht Polizisten in der Durchsuchung drinstehen und niemandem auffällt, dass es eigentlich keinen Haftgrund gibt und dass die vorläufige Festnahme, die sie gerade durchführen, eigentlich rechtswidrig ist. Ich würde mir so gerne mal ein Video, ich würde mir, ich wünsche mir, dass er Reactions machen würde und ich würde mir so wünschen, dass er diese G20-Reportage, die wir damals gesehen haben, dass er die mal komplett durchreaktet mit seinem coolen Anwaltsfachwissen. Das wäre, glaube ich, richtig geil, weil das würde zwar acht Stunden dauern, das Video, aber als mir scheiße geht, das würde ich mir reinziehen. Das wäre mein neues Herr der Ringe. Und Talk mit ihm? Wäre cool, würde ich mal, ja, würde mich voll freuen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht schauen sie das Video, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns mal live im Internet unterhalten könnten, in einem lockeren Talk, so einfach mal ein bisschen quatschen und austauschen, hätte ich, würde ich mich sehr freuen. Können wir, ähm, E-Mail-Adresse für Kontakt steht bei mir im Impressum, wenn Bedarf besteht. Ich muss im Endeffekt den Polizisten ja fast schon den Haftgrund in den Mund legen, damit das dann so lapidar irgendwie bestätigt und sagt, ja, ja, das Fluchtgefahr haben wir schon. Warum? Ja, keine Ahnung. Das ist so, und in Deutschland ist es so einfach, dass eine Person festgenommen wird, ein schwerer Verstoß gegen Grundrechte, gegen Menschenrechte, ein strafbarer Verstoß. Das ist Nötigung und Freiheitsberaum. Der kostet die Stunde aber bestimmt 100 Euro. Wenn der 100 Euro als Anwalt kostet, dann enteignet er sich selbst. Also Anwaltsstundenlöhne sind ein bisschen mehr als 100 Euro. Wenn der für 100 Euro die Stunde arbeitet, dann macht er in Zukunft diese sämtliche Rechtsangelegenheiten bei mir. Und da möchte ich gerne wissen, was ist eure Motivation dahinter? Lernt ihr so, dass das normal ist und dass das korrekt ist, dass man sagt, ja, ab 50 Gramm aufwärts ist Fluchtgefahr oder bei... Und die Stunde wäre quasi, ja, das wäre pur, wie heißt das? Pro Bono? Pro Bono heißt das, glaube ich. Ich kenne mich aus, ich bin auch Anwalt. Ich glaube, wenn du ein Mandat, sagt man das so, oder wenn du einen Fall zu Selbstkosten übernimmst, dann ist es pro Bono. Vielleicht ist das auch nur so ein Ami-Film-Ding, ne? Pro Bueno. So heißt das garantiert nicht. Diebstahl über 1000 Euro oder Betrug müssen wir von Fluchtgefahr ausgehen und dann wird erstmal festgehen nochmal drei Stunden und dann wird ein Staatsanwalt telefoniert gegen das ausdrückliche Gesetz, gegen den ausdrücklichen Gesetzes-Wortland. Was ist eure Motivation? Denkst du dir, ja, jetzt haben wir wieder jemanden und jetzt sitzt er drei Stunden bei der Polizei, dann kann er sich erstens mal um Kopf und Kragen reden, dann haben wir keine Arbeit mehr, weil wenn er ein Geständnis macht, gibt es für uns nichts mehr zu ermitteln. Oder denkst du, wenn er jetzt um Kopf und Kragen redet und alle seine Produkte... BNB grüßt dich. Ein Thema, worüber man übrigens gut reden möchte, reden könnte, wäre ja so ein bisschen, wie ist das denn so als Anwalt auf YouTube, im Social Media? Ist das nicht irgendwie, ist das ein Muss? Sollte man das lassen? Wie ist die Meinung dazu? Einfach mal so ein bisschen, ich meine, hier könnten auch einige ihrer Klienten sitzen im Publikum, ich weiß das jetzt nicht, aber einige davon, sie haben schon eine ziemlich fiese Visage, wenn wir uns die mal angucken. Wenn man sich ein Mittäter hinhängt, dann haben wir nicht nur ein Verfahren, sondern fünf Verfahren gegen andere und dann haben wir mehr Aufklärung. Oder denkst du dir, ja, wenn der jetzt drei Stunden bei der Wache sitzt, dann lernt er draus, weil die Urteile in Deutschland, die sind viel zu milde. Der soll jetzt draus lernen und soll jetzt wenigstens bei uns mal drei Stunden eingesperrt sein und den Eindruck der Haft mal bekommen, dass er es nie wieder macht. Was ist Orientation? Oder wisst ihr es nicht besser? Denkt ihr tatsächlich, ist es so, dass die Polizei, wie im amerikanischen Hollywood-Film, einfach so bei jeder Straftat, den die Beschuldigte einfach mitnimmt erst mal. Ja gut, ich muss aber, ich glaube so ziemlich, mein gesamtes Anwaltsfachwissen ist aus irgendwelchen Hollywood-Filmen. Also respektive Suits habe ich früher mal eine Zeit lang geguckt. Ich glaube auch, mein sämtliches Arztwissen, das ich besitze, kommt aus Scrubs. Aber das reicht. Ich bin bis heute immer noch leitende Angestellte an der Charité, mache pro Tag mehrere operative Eingriffe und bisher hat sich überhaupt keiner beschwert. Also ich habe da, man muss sich natürlich auch ein bisschen weiterbilden. Ich habe auch viele YouTube-Kommentare gesehen, wie man jetzt zum Beispiel so einen Pankreas entfernt. Kein Problem. Gar kein Problem. Drei, vier, fünf Stunden. Oder wie im Tatort. Denkt ihr, das ist normal? Und da, ich hätte gern tatsächlich, das ist eine ernsthafte Frage. Also nicht, sagen wir mal, es ist zu 70 Prozent eine ernsthafte Frage. Zu 30 Prozent ist schon eine Anklage. Und Barbara Salisch habe ich ganz viele Folgen gesehen und Richter Alexander Holt. Also ich frage mich, wer mir überhaupt was vormachen will. Ich glaube, ich könnte so wie Leonardo DiCaprio in Catch Me If You Can. Ich könnte einfach zur Anwaltsprüfung hingehen. Ich würde die garantiert bestehen. Also, das kann ja nicht so schwierig sein. Es geht doch so. Oder man geht einfach dahin, meldet sich an, schreibt so eine Prüfung, Multiple Choices und wenn man die besteht, ist man auch Anwalt. So läuft das. Kann mir nicht vorstellen, dass es viel komplizierter sein soll. Better Call Saul würde ich noch gucken. Vielleicht so zur interdisziplinären Vorbereitung. Wäre auch ein cooles Thema, um drüber zu reden. So Anwalt Realität Realität und Anwalt im Fernsehen. Warum das nichts miteinander zu tun hat. Das wäre eigentlich ein spannendes Thema. ...lage von mir, aber ich würde es tatsächlich gerne wissen. Wo ist die Motivation? Wo liegt eure Motivation, das zu tun? Und seid ihr dann nach Feierabend stolz, wenn ihr abends ins Bett geht und denkt, okay, dem haben wir es aber jetzt wieder gezeigt? Also liebe Polizisten, ich habe höchsten Respekt für eure Arbeit. Ihr macht sehr wichtige Arbeit. Aber werdet euch bitte bewusst, dass eure Arbeit es ist, Straftaten zu verhindern und Grund- und Menschenrechte zu schützen. Die Bundesrepublik Deutschland. Weil die Bundesrepublik Deutschland sind wir alle. Also ein paar, also ein Star-Anwalt wie früher bei Alexander Hoyt, der hat vor kurzem Gil Oferin vertreten. Ernsthaft? Oh Gott. Ach du Scheiß. Also es war ein sehr, sehr cooles Video, muss ich sagen. Ich kann natürlich, fachlich kann ich da überhaupt nicht widersprechen, weil ich da natürlich nicht wirklich eine Expertise habe. Es ist ein sehr gutes Video. Mir hat der Appell sehr gut gefallen. Es ist auch kurzweilig vorgetragen. Viele Bilder benutzt. Man kennt die ganzen, die ganzen Beschreibungen. Und wenn da wirklich mal gerne Lust ist, so im Livestream auf ein offenes Gespräch, so auf Augenhöhe, wäre ich doch, wäre ich voll dabei. Themen habe ich ja ein paar genannt, die gemacht werden können. Internet-Anwalt, Vergleich zum Fernsehen, ein paar Schwanks aus der Jugend, würde ich fühlen. Von daher, Chats, YouTube meine ich natürlich, kommt auf Twitch. Auch Sie, Herr Konstantin Grobwegler, kommen auch Sie auf Twitch in meinen Live-Talk. Und allen anderen auch, www.twitch.tv slash Harkon und euch noch einen wunderschönen 13. Dezember. Und jetzt kommt, zum Rausspielen, kommt jetzt so eine Weihnachtsmusik, Tim, 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 tim. All I want for Christmas is you. So, macht's gut. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es dann, dass ich im Atm meine Pfotnein. war's. Und jetzt,